Ich habe schreckliche Dinge getan, furchtbare Dinge, und dafür muss ich bezahlen. Erinnern Sie sich, wie ich das erste Mal nach London kam? Sie hatten zwei Eigenschaften, nach denen jeder trachtet. Gutes Aussehen und Jugend. Die Welt liegt Ihnen zu Füßen. Ich schlage vor, wir provozieren Sie ein wenig. Du bist vollkommen... Das ist nicht mein wahres Gesicht. Ich altere nicht. Nichts hinterlässt Spuren. Was sind Sie? Das, was Sie aus mir gemacht haben. Was ist dein Geheimnis? Wenn ich dir das sagte, müsste ich dich töten. Wie furchterregend. Was ist da drin? Gib mir den Schlüssel! Ich habe in meine Seele geblickt, und dafür muss ich bezahlen. Ich glaube ich, gar nicht. Ich schlauze mich. Ich habe in meine Seele gebeten.